In Deutschland wächst jedes fünfte Kind in Armut auf. Das sind 2,8 Millionen Kinder. Und das in unserem reichen Land. Stell dir vor, wie es wär. Dein Leben läuft nicht so wie bei den anderen. Zu diesen 2,8 Millionen Menschen hab ich damals auch gehört. Man lebt so mit diesen Existenzängsten, man kennt die. Einmal im Jahr hab ich von meiner Oma einen neuen Pullover, eine neue Hose bekommen und das war's. Ich wurde immer trauriger, ich wurde immer unglücklicher, ich wurde immer zurückgezogener. Meine Mutter erzählt mir heute noch, dass eine Fensterbank mein Schlafplatz war. Du kamst dann auch auf, dass ich dann meine Mutter meinen gehört hab. Ich konnte an der Klassenreise nicht teilnehmen und musste stattdessen in den Unterricht. Es passiert bei uns, kein Firmen ist Realität, denn Kinderarmut besteht. Hier zulande bedeutet Kinderarmut, Verzicht auf vieles, was für Gleichaltrige ganz selbstverständlich ist. Kinder und Jugendliche gehören nicht in das Hartz-IV-System. Und noch etwas bedeutet Armut, nämlich Angst. Armut ist kein Problem von Einzelnen. Armut ist ein Problem der ganzen Gesellschaft. Liebes Deutschland, hallo Politik. Wir fordern Stopp Kinderarmut. Stopp Kinderarmut. Jetzt. Mein größter Wunsch wäre eine bessere Zukunft. Ist das dann auf gar nie? Ich glaube Historien, wo ich einen Tag in ihrem dándote Browser trвиг έ今年. Die nicht einfach leben, wenn ich dich. your daten wir nicht sicher". Hat es nie wird, dass es eine Ver ocht społecz Steambe autocontrolle wird. Was ist einfach framework GroupIST-Anwaziunde.